Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir und heute ist das vierte Welpen, äh das vierte Wiegen der Welpen angesagt. Die Welpen sind heute schon ganz aufgeregt, weil, ja, sie haben halt ihr viertes Wiegen. Und ja, fangen wir an mit Marie. Sie hat ein dunkelblaues Halsband, ist noch nicht vergeben und wiegt 911 Gramm. Das ist Lissy. Sie hat ein braunes Halsband und sie ist noch nicht vergeben. Sie wiegt 844 Gramm und, ja. Das ist Norm. Er hat ein grünes Halsband, ist noch nicht vergeben und hat ein Gewicht von 744 Gramm. Also ziemlich leicht für die Verhältnisse. Das ist Jana. Sie, ja, sie, ähm, ist, hat ein blaues Halsband, ein hellblaues und ist noch nicht vergeben und sie wiegt 794 Gramm. Jetzt kommt Luna. Sie, ähm, hat ein lilaues Halsband, ist vergeben und wiegt 777 Gramm. Jetzt kommt Julia. Sie hat ein gelbes Halsband, ist schon vergeben und, ähm, wiegt 862 Gramm. Jetzt kommt Sammy. Er wiegt 977 Gramm, hat ein schwarzes Halsband und ist schon vergeben. Als erstes wurde er schon vergeben. Jetzt, äh, jetzt kommt Romeo. Er hat ein orangefarbenes Halsband und er ist schon vergeben und wiegt, äh, wiegt 762 Gramm. Jetzt kommt noch zum Abschluss Wendy 2. Sie hat ein pinkes Halsband, ist schon reserviert und wiegt 822 Gramm. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da und ciao!